Musik Sie sind einfach unverschämt. Bei der Postbeschwerden, ne? Das ist doch mal was anderes als immer nur der Hausverwalter, da lernt sie die Oma kennen. Wissen Sie, schalten Sie da einfach mal einen Jagen runter. Was kann ich dafür, dass Sie eine miesige Laune der Erschiedene sind? Müssen Sie Ihre Laune immer an andere Leute auslassen? Dadurch wird das auch nicht lustig. Was bilden Sie sich eigentlich ein, Sie Trampel, Sie Gscherter? Mein Privatleben geht's hier an Scheißdreck an. Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Sie wurden verprügelt. Ich hab das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich bin eigentlich für die Internet-Instattel. Kommt bitte auf und schây Tour. Vielen Dank.